Rüstungsklasse 1 Kann wieder nicht getragen werden Der ist also ziemlich wertlos Ich weiß, kann nichts besonderes, auch wenn es Magmabollenwerk heißt Ja, Tamoko ist abgeschlossen Jetzt steht nur noch der Aufstiegsarivox offen Hi Gudi Hi Gudi So Schon wieder ein Feind gesichtet Okay Dann gucken wir gleich schon mal rein Ja Ich kann mich hier drinnen nicht ausruhen Okay Ich kann mich hier aber ausruhen Worum geht es diesmal So So Und wenn ich hier hingehe, müsste hier das ganze Ballsymbol voll mit Fallen sein Die man nicht entschärfen kann Worum geht wie ihr wünscht Für Aber natürlich Schätzchen Ja Wie ihr wünscht Ihr habt geläutet Ich tue es Okay Erstmal schnapp ich Minera Feuer einfach mal In der Tat Leben zu erwecken Eure hübenden Machenschaften wird hier ein Ende gesetzt Dieser Kopf bleibt tot und ihr werdet ihm Gesellschaft leisten Es muss eine andere Lösung geben, Bruder Wir könnten uns zusammentun und gemeinsam gegen das Böse kämpfen Was gibt euch das Recht, diese neue Ära zu beanspruchen? Was ist Was wäre ich gedenken, sie euch wegzunehmen? Tretet mir gegenüber Tretet dem neuen Herrn des Todes gegenüber Ihr versucht, mein Schicksal einzunehmen Das zeigt Ihr wahrlich göttliche Arroganz Ihr habt weder die Fähigkeit noch das Wissen, mir in meine Zukunft zu stehen Sie wurde viele Jahre lang geformt Während ihr euch in der dämlichen Bibliothek weggeschlossen hattet In einfachen Kriegen werden unzählige Seen von Blut verspritzt Und kein göttlicher Zorn heraufbeschworen Nur durch meine Willenskraft werden die Schreie der Toten zur Macht geformt Nach der ich strebe Ihr könnt meine Rolle ebenso wenig annehmen, wie ich mich ihr verweigern könnte Es ist jedoch nur angemessen, dass ihr es versucht und ein Zeugnis eurer Abstammung gebt Tretet mir gegenüber Tretet dem neuen Herrn des Todes gegenüber Aber Angelo Tazok zeigt euch Damit wir das hier beenden können Wie kann ich helfen? Ich werde mich in der Hand zu sehen Kommt, nirgst jemand anderem Sagt an Nur der Worum ich Ich darf nicht Und verschwindet Okay Wie kann ich helfen? Wir schaffen Sariwok aber garantiert nicht so Ich darf nicht fallen Das wird ja Also nein, wir wollen Sariwok schon so schaffen, dass alle überleben Wie kann ich helfen? Ähm Was hätten wir denn hier noch Schönes, was wir gegen Sariwok benutzen könnten? Kein Feuerball Und ja, natürlich die Wertvollen Sachen Also die wichtigen Sachen gehen wir mal an mich weiter Auch so ein paar Pfeile vielleicht Tanktasche Ruhig noch ein paar Feuerpfeile Der Dorn hat gerade keine Pfeile mehr Na, hol ich den Spinnenfluch noch Ne, die Axt brauchen wir leider noch Ja Den Stab noch Vielleicht So, jetzt sind wir vollgepackt Können mal kurz Speichern Als Let's Play Ende Speichern So Jetzt wird gebufft Wobei Game brauchen wir nicht Stärke geben Worum geht es diesmal Also erst mal das hier Sagt an Schalke Kales Aha Ja Ja Das ist es diesmal Koordinierte Verteidigung Du machst hast So Oh, noch eine kleine Kugel der Unverwundbarkeit hinterher Das hier noch Das hier noch So Was ist da Zurück und gebt Acht Ich Es soll Weitaus Blutiger werden Als ihr es euch vorstellen könnt In der Tat Mir gehört zur Familie Niemand sonst hält es mit mir von Entretet mir gegenüber Entretet mir des Todes gegenüber Worum geht es dir So Sein Magier ist weg Okay, du bist verwirrt Das ist nicht gut Worum geht es diesmal Was ist es diesmal Okay Bleib zurück und geht ab Und So, jetzt ist wieder der Saribok da. Keiner ist verwirrt diesmal. Ich weiß nicht, was das ganze besser macht. So. Saribok ist hin. So. 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 werden wir jetzt hier überspringen